Matrizentest In diesem Video geht es um die Lösungen des Matrizentests aus unserem Mitgliederbereich. Schau dir dieses Video am besten erst an, nachdem du dich selbst an den Aufgaben versucht hast. Schauen wir uns Aufgabe 1 an. In Aufgabe 1, wie auch in allen anderen Aufgaben, fehlt unten rechts das letzte Element. Dieses muss gesucht werden. Es gibt fünf verschiedene Lösungsmöglichkeiten und eine davon ist die richtige Lösung. Bei Aufgabe 1 ist es so, dass man jede Zeile von links nach rechts durchgehen muss und die letzte Zeile ist immer das Ergebnis einer Addition, sage ich mal, aus den vorherigen beiden Feldern. Beziehungsweise man könnte es vielleicht eher als Multiplikation sehen, statt als Addition, aber ich werde jetzt einfach erklären, wie es funktioniert. In diesem Feld haben wir hier oben links einen Kreis, hier auch. Deswegen haben wir hier am Ende auch einen Kreis. Also sobald hier ein Element im Linken vorhanden ist und hier ebenfalls ein gewisses Objekt vorhanden ist, dann wird es auch hier am Ende vorhanden sein. Hier dieses Kreuz ist auch hier vorhanden und deswegen auch hier am Ende. Diese beiden Kreise, die hier unten zu sehen sind, sind hier nicht vorhanden, deswegen hier am Ende auch nicht. Das gleiche gilt auch für diese Zeile. Also hier haben wir den Stern und diesen mittleren Balken. Wir haben einen Kreis hier unten, einen Kreis hier oben, aber die überlagern sich beide nicht. Und deswegen haben wir hier am Ende auch nur diesen Balken mit dem Stern. Hier in der letzten Zeile, die Bilder sind identisch und aus diesem Fall ist Lösung 1 die richtige. Aufgabe 2. Aufgabe 2 geht ebenfalls zeilenweise von oben nach unten durch. Und zwar schaut man sich an, wie bewegt sich der Kreis. In welche Richtung bewegt sich der Kreis. Und er fängt hier oben rechts an, geht dann in die Mitte und ist dann hier links. Hier in der mittleren Zeile fängt der Ball unten in der Mitte an, 1 nach rechts und dann geht der 1 nach oben. Er läuft also immer hier rundherum. Und hier fängt er eben in der Mitte links an, ist dann unten links und deswegen im letzten Bild dann in der Mitte. Also Lösung 4 ist die richtige. Aufgabe 3. Aufgabe 3 ist relativ einfach. Hier geht man spaltenweise vor. Also dieses Feld plus dieses Feld ergibt dieses Feld. Dieses Feld plus dieses Feld ergibt dieses Feld. Und hier ist es natürlich dann Lösung 2. Aufgabe 4. Ja, wir haben diesen blauen Balken hier oben links. Der tritt aber nur in der Mitte einer Spalte oder einer Zeile dann immer auf. Also hier, hier, hier und hier. Deswegen kann er hier nicht vorkommen. Und dieses Dreieck ist eben oben komplett einmal durchgehend. In der Mitte nur 1. Und hier unten muss es dann auch durchgehend sein. Und deswegen ist Lösung 2 richtig. Aufgabe 5. Ja, Aufgabe 5. Haben wir oben links hier einen Kreis. Wir haben hier oben rechts einen Kreis. Dann wieder oben links. Hier haben wir unten links einen Kreis. Dann oben rechts. Dann wieder unten links. Okay. Was passiert nun? Wir haben hier unten zwei Kreise, was eben die Addition ist aus diesen beiden Elementen. Also hier ist oben ein Kreis, hier ist oben ein Kreis. Also ist hier oben auch ein Kreis. Danach wird dieses Element genommen und in die nächste Zeile übertragen. Deswegen haben wir wieder hier, haben wir wieder diese beiden Kreise hier. Es werden aber ebenfalls die, ähm, oberen Elemente addiert, die man hier sieht. Und wenn man zweimal einen blauen Kreis miteinander addiert, entsteht ein brauner Kreis. Ja, also relativ kompliziert, sag ich mal. Im nächsten Feld wird natürlich wieder das komplette Element übertragen. plus es werden diese beiden Felder addiert, das heißt, der Kreis und der Kreis werden zu einem grauen Kreis. Deswegen ist Lösung 5 die richtige in dem Fall. Aufgabe 6. Ja, in Aufgabe 6 ist es in der ersten Zeile so, dieser linke, äh, dieses linke Rechteck bleibt immer gleich. Das rechte Rechteck wandert aber von oben nach unten, zumindest erst mal. Ähm, wenn wir uns dann die, äh, die Spalten anschauen, dann wandert das Rechteck von oben links in die Mitte und nach unten. Also eine relativ einfache Regel. Das macht es hier in jedem Feld, ja, von oben links, Mitte, unten, oben links, Mitte. Also muss es hier schon mal unten sein. Also können wir Lösung 5 schon mal ausschließen. Es muss, ähm, und Lösung 2 auch. Es muss also 1, 3 oder 4 richtig sein. Wir schauen uns an, was passiert hier noch mit dem, ähm, mit dem Rechteck, was auf der anderen Seite ist. Auf der rechten Seite. Es wandert von oben, Mitte, unten. Oben, äh, Mitte, sorry, Mitte. Unten und dann läuft es wieder nach oben, ja. Also es läuft eigentlich immer von oben, so hin und her, so kann man sich das vorstellen. Also haben wir hier unten den, ähm, den Balken. Und wir haben am Ende natürlich, äh, wandert von unten rechts, genau in die Mitte. Also muss er am Ende oben sein. Also ist Lösung 1 die richtige. Okay, 7. Ja, in 7 ist es so, wir haben in jeder Spalte einen Balken, der durchgehend ist. Sieht man hier und hier, ja. Hier haben wir aber keinen durchgehenden Balken. Also muss es auf jeden Fall schon mal ein durchgehender Balken sein. Und es ist immer an der Stelle der durchgehende Balken, wo, ähm, vorher in den anderen beiden Elementen eben nur ein kleinerer, äh, ein kleineres Rechteck zu sehen war. Ja, also hier ist es zum Beispiel in der Mitte, hier ist 1, hier ist 1, also ist hier dann komplett durchgehend der Balken. Hier haben wir, ähm, im, äh, im, äh, im, äh, im linken Bereich, ähm, jetzt versagt man schon mal ein Sprachzentrum. Im linken Bereich haben wir hier ein Rechteck, wir haben hier im linken Bereich ein Rechteck, also haben wir hier entsprechend den Balken. Ja, und so ist es dann auch, ähm, äh, im, äh, letzten Fall, also ist Lösung 3 die richtige, ja. Wir haben hier in der Mitte ein kleines Rechteck hier, also wird es dann hier durchgehend sein. Genau, das war's zum Matrizentest. Ich hoffe, die Lösung hat euch geholfen, einige der Aufgaben besser nachzuvollziehen, falls ihr nicht auf die Lösung gekommen seid. Es ist immer mal ein bisschen schwierig, man muss, ähm, ja, nachdenken, man muss kreativ sein und auch mal andere Wege gehen. Also die Aufgaben sind nicht immer identisch aufgebaut, aber wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, lernt man eben, wie man vorgehen kann, wie, wie die Aufgaben grundsätzlich aufgebaut sind. Und da hilft das Training auf jeden Fall.